Auch wenn es absolut Sinn macht, die meisten Menschen, vielleicht bist du einer von ihnen, werden sich dieses Video anschauen und danach wieder zu ihrem normalen Leben zurückkehren. Falls du etwas ändern willst, schaust dir ganz genau an. Machst du dir zu viele Sorgen, zu viele Gedanken, zu viele Ängste? Ich gebe dir ein bisschen was an die Hand, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst. Ich wiederhole es nochmal. Es macht absolut Sinn, was du dir in den nächsten Minuten hoffentlich bis zum Ende anschauen wirst. Dennoch werden die meisten wieder zu ihrem Leben zurückkehren und sich über dieses und jenes Sorgen machen. Warum auch nicht? Wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben so viel Zeit und Energie darin investiert, uns Sorgen zu machen. Über Dinge, die nicht in unserer Kontrolle liegen. Wir haben es verdient, nicht zu scheitern. Also machen wir so weiter. Wir machen uns weiterhin Sorgen. Ich will dir mal einen kleinen Perspektivwechsel geben. Leider läuft es im Leben nicht immer nach Plan. Die Prüfung, für die du dich so intensiv vorbereitet hast, könnte Fragen enthalten, die du nicht beantworten kannst. Die du auch nicht auf dem Schirm hattest. Deine Beziehung, die du so intensiv gepflegt hast, könnte scheitern. Die Person, die du liebst, könnte dich betrügen. Dein Geschäft, was du mühevoll aufgebaut hast, könnte aufgrund eines externen Faktors, eine Pandemie beispielsweise, bankrott gehen. Beziehungsweise du kannst es nicht mehr weiterführen. Du merkst, das Leben hat so viele Drehungen und Wendungen, die du nicht beeinflussen kannst. Da ist es doch naheliegend, sich angstvoll in diese Sorgen zu stürzen. Sich Angst zu machen, Sorgen zu haben, weil es könnte ja ständig etwas passieren. Doch da begegnest du immer mal wieder, vielleicht auch persönlich, ansonsten kennst du vielleicht über Umwege, immer mal wieder jemanden, der das Leben nicht so ernst nimmt. Der einfach in den Tag hinein lebt und glücklicher ist. Der Grund, warum unsere Gesellschaft Stress, Angst, Sorgen und Depressionen die Höhe schießen, ist, weil wir das Leben zu ernst nehmen. Wir haben verloren, uns mit Freude dem Leben zu widmen. Denk doch mal drüber nach, wenn du eine Prüfung antriffst und vollkommen verbissen in diese Prüfung hineingehst und dich ganz arg darauf konzentrierst, auf jeden Fall nicht zu scheitern. Wie gelassen und wie entspannt wirst du dort hinein? Wie sehr wird dir das gelingen? Oder nimm es beim Sport. Wirst du erfolgreich sein, wenn du mit Spaß und vollem Engagement dort teilnimmst? Oder wenn du ganz verbissen und nur das Ziel vor Augen hast, ja nicht zu verlieren? Womit wirst du wohl erfolgreicher sein? Wahrscheinlich, wenn du das Ganze mit Spaß betrachtest. Und so ähnlich ist es mit den Sorgen. Hast du diese Sorge, die du vor dir herträgst, hast du dafür eine Lösung? Ja. Warum machst du denn Sorgen? Hast du für die Sorge, die du hast, keine Lösung? Warum machst du denn Sorgen? Das Grundproblem, warum wir uns so viel mit unseren Sorgen und Ängsten beschäftigen, ist, weil wir uns zu wichtig nehmen. Wir sind nicht wichtig. Du bist nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig. Wenn wir heute sterben würden, dann wäre das sicherlich sehr traurig für ein paar Menschen. Aber glaub mir, die Welt würde sich komplett weiter drehen. Es hat sich nichts verändert. Die paar Menschen, die da sorgenvoll und traurig sein werden, ja, die werden es sein. Aber auch nicht ewig. Auch sie werden irgendwann in ihren Alltag zurückkehren und ihr Leben leben. In ein paar hunderttausenden von Jahren wird dein Leben keinen Fußabdruck hinterlassen haben, sodass die Menschen sich noch in hunderttausenden von Jahren an dich erinnern werden. Ist das nicht eigentlich auch beruhigend? Können wir uns dann von dieser Verbissenheit nicht verabschieden und uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind? Liebe, Freundschaft, Familie, ein gesundes Leben. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Es gibt so viele unzählige Studien, die immer wieder auf die gleichen Dinge hinweisen, was wirklich im Leben essentiell ist. Familie, Freunde, Bekanntschaften, Liebe, das Gesundsein. Das führt, gerade die ersten Parts, führen dazu, dass wir ein gesundes und vollkommenes Leben führen. Erfolg wird überbewertet. Hör mir ganz genau zu. Nicht jeder muss an der Spitze sein. Vielleicht bist du einfach vollkommen zufrieden mit deinem 9-to-5-Job. Oder, dass du nicht die Risiken eingehst, dein eigenes Geschäft auszuziehen und dich mit dem stressigen Alltag eines Geschäftsführers umherzuschlagen. Warum strebst du dann danach? Vielleicht willst du einfach dein Leben entspannt genießen und musst nicht nach dem stressigen Alltag eines Topmanagers streben. Geld macht am Ende nicht glücklich. Egal wie sehr du hast, wenn es ja gilt, kann uns bestimmte Dinge, Erlebnisse schaffen, aber es macht uns am Ende nicht glücklich. Also, wie möchtest du dein Leben leben? Voller Stress, Angst und Sorgen oder doch wieder entspannt in den Tag hinein? Am Ende, wie ich schon erwähnt hatte, geht es nicht darum, wie viel Geld du hast, wie viel Erfolg du hast, wie viele Menschen du kennst oder sonst welche unnützen Dinge. Wenn du am Sterbebett liegst und dich zurückblickst und dir denkst, vielleicht hätte ich ein weniger ernsthaftes Leben führen sollen, dann war es das alles nicht wert. Von daher, wenn du mal wieder Sorgen hast, frage dich Folgendes in deinem Leben. Hast du gerade etwas, ein Problem, welches du deinem Leben zu lösen gilt? Nein? Warum machst du dir denn Sorgen? Gibt es, wenn du das Problem vor Augen hast, eine Lösung für das Problem? Ja. Warum machst du dir denn Sorgen? Gibt es keine Lösung für das Problem, welches du vor dir hast? Warum machst du dir denn Sorgen?